Jo Freunde es geht weiter wir können jetzt den Raum hinter dem ganzen Spacken hier Deutschland hat jetzt schon mit einem ganzen Tor und hier ins Ding genau das ist von Eis umschluss oh mein Gott ein riesen Oktober so das ist auch geil Jo dann schon Karte das ist super Ach, ja, ist das schön. Oh, ja, und auf geht's. Wir schwimmen im Wasser. Ah, ja, genau, ja. Wegweiser. Und wir gehen schnell auf. Auf geht's. So, ähm, jo, was hab ich bis jetzt denn schon alles geschafft? Nichts, ja, doch schon, aber, ähm, ja, wir puffern uns immer so einfach voll nett durch die Gegend und immer überset ich, das Wasser kommt ja nicht rüber, dafür ist die Rosia im Puffer. Oh, ich hab's überstanden. Ja, klar, komm. Oh, nein. Oh, nein, dann dreh dich noch mal. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Boah, super. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Und jetzt ist die Tür hier oben offen. Ah. Oh. Oh, Schi. Geil. Gut, das ist jetzt noch besser. Und jetzt können wir uns orientieren. Da ist ein großer Raum, da gibt es ein Schatztruck. Die Musik erinnert mich gerade an... Ah, wie ist es denn von Turm der Opa? Oh Gott, schon wieder so ein Eisblockgräts. Was war das denn? Ah, was ist denn da? Und ich will einfach mal ins Wasser rein. So, also... Schlaube... Mist, wie war denn das? Die noch runter... Die noch rüber... Ich hoffe, jetzt habe ich es gerade verkackt... Ja... Ja... Ja, ich habe es verkackt... Ja... 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 Fitt euch doch... Ja... 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 Wie war denn das? Ja... Ich kann es euch noch einmal zeigen und dann ist mir schon eine Zeit abgelaufen. Mann, Alter, stell dich doch einfach mal dahinter. Zum nächsten Part werde ich das Rätsel gelöst haben und dann zeige ich euch wie es weitergeht. Ciao!